Hey, pass auf! Noch einer! Larven! Also sind die Larven doch Locust? Glaube ich nicht. Du hast die Kapseln gesehen. Sie sind teils menschlich. Hier drin müssen wir vorsichtig sein. Hopsi! 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 Wie ist der hier runtergekommen? Könnte ein Plünderer aus der Savanne sein. Zumindest hat er ein paar von denen mitgenommen. Scheiße, mehr als nur ein paar. Ja! Okay, das könnte ein Problem werden. Der macht das weg! Er ist tot! Seht positiv, jede tote Larve ist eine Drohne weniger, die uns später Sorgen macht. Weißt du was? Das hilft uns wirklich! Das ist für mich! Oh, seht euch das an, noch ein Lager. Denkt euch gut ein! Gut, Munition! Vorsicht, wir haben Gesellschaft! Scharfschützen, Deckung! Scharfschützen! Ja, ich bin erledigt! Scharfschützen, Deckung! Haptisch! Scharfschützen, Deckung! Scharfschützen, Deckung! Scharfschützen, Deckung! Scharfschützen, Deckung! Scharfschützen, Deckung! Ich bin eine große Scharfschütze! Das war's, wir sind durch. Ich wollt schon immer so'n Teil fahren. Brot, frei! Brot, frei! Los, ab, dafür! Oh, Mann, das fühlt sich gut an! Deckungsfeuer! Geht einfach hinter mich! Ich kümmere mich darum! Deckungsfeuer! Die gute Nachricht, die sind alle tot. Die schlechte Nachricht, der Stab lasse im Arsch. Gehen wir einfach weiter, okay? Nur eine Frage. Wie soll uns der Erztransporter bitte wieder nach oben bringen? Wieso? Weil er gerade etwas brennt? Darüber können wir uns später noch Sorgen machen, okay? Gehen wir. Hier drunter. Hey, warte. Was war das? Ist das... Ja. Dads Funkgerät. Wir müssen auf dem richtigen Weg sein. Hey, Leute! Ich seh' sie! Dann mal los! Jetzt, zahl! Der steht rein! Der schließt! Achtet auf die Stempel! Okay, ich bin auf dem Weg! Hey! Er hat einen erwischt! Was ist denn der? Was ist denn der? Was ist denn der? Wird auf den Weg! Du bist verletzt aber doch! Unter der Horde! Ja, geh schon! Also, in welchem Ei finden wir jetzt Marcus? Kein Plan. Fang einfach an zu suchen! Die sehen nicht frisch aus. Wir brauchen ein Neueres. Was ist das? Apsi! Gut, Munition. Del, Kate! Hier drüben! Das Ei sieht frisch aus. Oh Gott! Dad! Komm schon, Dad! 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 Verdammt! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Verdammt noch mal! Atme, verdammt! Steh auf! J.D. Dad! Hör auf! Steh auf! Komm schon, Dad! Steh auf! J.D., hör auf! Du musst loslassen. Nein. Er ist tot. Oh Gott. Runter mit seiner Rüstung! Runter mit seiner Rüstung! Oh Gott! Keine Sorge, Dad. Wir sind hier. Oh Gott! Mann! Du riechst übel! Oh! James! In der Kapsel! Ich war in Ihrem Netzwerk! Netzwerk? Was für ein Netzwerk? Das hier! Dieser ganze verdammte Schwarm! Hier ist alles verbunden! Die Leute in den Kapseln! Ich konnte sie spüren! Die Locusts sind nicht tot, James! Ja, das haben wir gemerkt! Kate! Deine Mutter! Was ist mit meiner Mutter? Sie lebt! Sie lebt! Sie wird nicht wie die anderen behandelt! Keine Kapsel! Wo ist sie? Auf einem anderen Madenfriedhof! Nicht weit von hier! Wir müssen dahin! Warte! Die Leute aus deinem Dorf! Ich konnte sie spüren! Nur kurz! Sie haben es nicht geschafft! Oh! Verdammt! Oscar! Kate! Es tut mir... Trauer um unsere Freunde hilft meiner Mutter nicht! Also gut! Wie kommen wir jetzt wieder nach oben? Tja! Das wird dir nicht gefallen!